Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Das war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Die Stadt Feiglinge! Verrat! Ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Ich hätte gut daran getan, um jahre alle Höhenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten be... Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horben. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wink! 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 Untertitelung des ZDF, 2020